Hallo an alle Kapitalisten da draußen und die, die es noch werden wollen. Kolja investiert diesen Monat im Juli, weiß ich noch gar nicht, ob ich diesen Juli investiere, aber ich habe längere Zeit kein Update-Video mehr gegeben, denn es ist etwas ruhiger geworden am Aktienmarkt, was mein Portfolio angeht in den letzten zwei Monaten, aber ich habe trotzdem investiert, sowohl im April als auch jetzt im Mai, aber nicht an der Börse und da will ich kurz auf diese Investments eingehen, aber wirklich nur ganz kurz, denn ich hatte euch ja versprochen, nicht nur immer Videos hier auf diesem Kanal zu machen, wenn ich investiere, sondern auch in den Bewertungsprozess intensiv einzusteigen. Und deswegen ist das heute jetzt hier das erste Video meiner Alphabet Inc. Analyse. Da wird es wahrscheinlich insgesamt sieben, acht Videos geben und ich werde diesen gesamten Datensammelprozess, also ich werde hier im Endeffekt selber zur Datenkrake für diese Alphabet-Analyse und da werde ich immer einzelne Videos parallel zu meiner Analyse hier hochladen auf dem Kanal, weil viele von euch sich das eben gewünscht haben. Kommen wir aber mal ganz kurz zu einem kleinen Recap und dazu springen wir direkt hier ins Firmendepot rein. Da gab es letztens auf dem Kanal ja auch eine kleine Verwirrung so von wegen, ich würde das nicht mehr transparent zeigen. Nun ja, es lohnt sich ja nur ein Video dazu zu machen, wenn eine neue Investition angefallen ist. Ich mache ja nicht ein neues Video einfach um zu zeigen, guck mal hier, ist nichts passiert. Aber ich erstelle ja auf meinem Blog AktienmitKopf.de slash Blog immer einmal im Monat ein Update mit genauen Screenshots und so weiter, da kann man sich auch informieren. Und hier sehen wir bereits, wenn ich jetzt hier nach Datum ordne, dass ich den letzten Kauf an der Börse hier befinde bei, na wo haben wir es? Ich ordne nochmal hier nach Datum Kauf bei DeGiro im Werbpapierdepot und zwar war es Take-Two Interactive, 128 Stück zum Kurs von 78,50 Euro pro Aktie. Also insgesamt 10.066 Euro investiert. Ja, es gab einen schönen kleinen Dip bei Take-Two und bei einem Unternehmen, was ich natürlich eingehend analysiert und bereits auch vorgestellt habe euch. Wenn da natürlich ein schöner Dip zum eigentlich intrinsischen Wert gegeben ist für mich, dann schlage ich natürlich sofort, ohne lange nachzudenken, zu. Das war es aber schon mit Börseninvestitionen, denn viele gerade von den Unternehmen, die ich im Depot habe, sind halt einfach gemessen an den Werten, die ich für mich ausgerechnet habe, zum Beispiel Netflix, ja, einfach massiv überbewertet. Jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, Netflix macht genau diese Wachstumsstory durch, die ich antizipiert habe, aber sie machen sie meiner Meinung nach zu schnell in Verhältnis zu ihren eigentlichen Fundamentaldaten gerade durch. Und deswegen freut mich das natürlich als Investor, aber da werde ich natürlich den Teufel tun und da Geld nachschießen. Und deswegen habe ich jetzt, weil ich meine, schaut man sich mal einfach die Performance der letzten, von nur 2018 an, da sieht man dann hier zum Beispiel im Diagramm, wenn ich jetzt mit dem DAX vergleiche, der DAX ist jetzt bei minus 5% dieses Jahr. Das heißt, würde ich mich jetzt für weitere Aktien interessieren, müsste ich mir auch mal den DAX zum Beispiel angucken, weil dort wesentlich weniger Wachstum passiert ist, als zum Beispiel in vielen US-Aktien, die bei mir schon wieder 25% im Plus sind dieses Jahr. Und deswegen habe ich dann im Mai auch nicht an eine Börse investiert, sondern in Bondora Go & Grow. Das ist ein neues Produktfeature, was die P2P-Plattform Bondora anbietet. Hier habe ich 5000 Euro investiert, da seht ihr es. Und zwar, das müsste jetzt ungefähr so zwei, drei Wochen her sein oder so. War also dann, glaube ich, im Juni und nicht im Mai, weil im Mai war ich ja auch in den USA und so. Und ja, im Endeffekt ist das eine Art Tagesgeld-Alternative. Ganz wichtig, Alternative, ja, ist also eine zusätzliche Möglichkeit, nicht zu verwechseln mit Tagesgeld, weil man ist hier im Gegensatz zu den normalen P2P-Krediten einfach sehr schnell und liquide auf sein Vermögen zugreifen kann wieder, um es zum Beispiel wieder an der Börse zu investieren. Und das Coole, es gibt trotzdem hierauf 6,75% Rendite pro Jahr. Aber das ist keinesfalls, wie gesagt, vergleichbar mit Tagesgeld. Ich habe dazu auch auf dem Aktie-mit-Kopf-Kanal zwei Videos gemacht, wo ich genau auf die Vorteile davon, aber eben auch auf die Nachteile davon eingehe. Aber das ist eben das, was ich immer so interessant finde. Wenn ich gerade dabei bin, entweder nicht genug Zeit zu haben für eine intensive Analyse, weil ich unterwegs bin, ja, oder weil die Kurse gerade insgesamt zu hoch sind, dann kann ich mich ja umschauen nach solchen Fremdkapital-P2P-Geschichten und kann dort zum Beispiel mal schauen, ob ich einzelne Investments aufstocken möchte. Und das finde ich so cool, dass ich in Zukunft hier auch Gewinnrücklagen zum Beispiel von meinem Unternehmen parken kann und einfach mehr Rendite bekomme als jetzt auf dem normalen Tagesgeld bei entsprechendem Risiko. Aber das habe ich in den Videos dazu auf jeden Fall erklärt. Die verlinke ich dir auch nochmal unter dem Video. Und falls das Ganze für dich vielleicht auch interessant ist, ich habe unten drunter noch einen Anmelde-Bonus-Link. Da kriegst du 5 Euro gutgeschrieben, falls du auch dort investierst. Ist natürlich ein Affiliate-Link, das sage ich wie immer mit dazu. Aber jetzt war es das auch mit den Investitionen, die ich getätigt habe. Dann habe ich noch eine kleine Verhandlung gehabt mit einem ganz neuen Startup-Unternehmen, ob ich vielleicht dort investiere. Da ist aber überhaupt noch nichts fest. Es wäre sozusagen mein erstes größeres Startup-Investment. Sollte es da zustande kommen, ja, dann werde ich euch natürlich auch darüber berichten. Aber da ist aktuell jetzt noch nichts Konkretes irgendwie ausverhandelt. Da fühlt man noch immer so ein bisschen rum, guckt sich die App an und so weiter. Und da steht also noch alles in den Sternen. Deswegen auch noch nichts Näheres dazu. Aber das ist im Endeffekt in den letzten Monaten so abgelaufen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Alphabet. Okay, und ich habe ja auch schon eine Menge, Menge Arbeit vorgeleistet. Also so viel jetzt noch nicht, aber ein bisschen schon. Und zwar Alphabet ist ja sozusagen das Holding-Unternehmen, die Mutter von Google. Die meisten von uns kennen es aber im Endeffekt nur als Google. Deswegen werde ich jetzt auch aus einfachen Gründen in Zukunft von Google sprechen und nicht von Alphabet, obwohl dann auch Alphabet gemeint ist. Und ja, wir haben hier im Endeffekt natürlich ein faszinierendes Unternehmen. Anders kann man es gar nicht nennen. Und ich nutze Alphabets Dienstleistungen ja schon seit mittlerweile 2006 oder so. Habe ich glaube ich schon damals angefangen oder sogar noch früher intensiv mich mit YouTube zu beschäftigen. Und ja, deswegen dachte ich mir, schaue ich mir doch einfach mal an, welche Segmente es eigentlich insgesamt bei Google gibt und fange ich mal an, dieses Unternehmen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Und ja, wie läuft sowas ab? Als erstes habe ich mir bei Alphabet was ganz anderes gemacht, als was ich sonst mache, weil es gibt hier schon genügend Daten auch zur Verfügung. Und zwar ist es so, dass es bei Audible einmal das Buch, was Google wirklich will, von Thomas Schulz gibt, einem Wirtschaftsredakteur. Und dieses Hörbuch kann ich wirklich jedem empfehlen, weil es eine ziemlich objektive und extrem detaillierte Auskunft über Google, deren Management, deren Projekte, deren Ideen und so weiter bringt. Das heißt, dieses Hörbuch habe ich mir runtergeladen und bin jetzt auch schon fast fertig mit dem Hören. Ich bin jetzt bei Kapitel 73. Und zusätzlich habe ich mir auch noch das Hörbuch The Four von Scott Galloway geholt, der auch neulich bei OMR im Podcast war, um ebenfalls noch mehr über Google zu erfahren. Einfach allgemein, um reinzukommen und in dieses Unternehmen einzutauchen. Das ist einfach richtig super, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann das Nächste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir die Annual Webcast Conference, also einfach das Annual Meeting bei YouTube angeschaut habe. Das heißt, ihr könnt euch bei Alphabet den Meeting of Stockholders, könnt ihr euch, ich meine bei Alphabet den Investor Relations YouTube-Kanal, den kann man abonnieren. Da kann man sich zum Beispiel das Ganze anschauen. Dann habe ich noch angefangen, einfach so die einzelnen Segmente zu recherchieren und habe mir ein KID erstellt. Okay, und das ist ja das, was ich zu allen Aktien mache, wie ich ja auch im Buch und so weiter beschrieben habe. Das KID steht hier in diesem Fall nicht für Key Investor Document, sondern für Koljas Investitionsdokument. Ja, und das könnt ihr euch vorstellen, im Endeffekt wie bei Narcos, der Serie auf Netflix, ja, oder bei anderen FBI-Serien und so, wo die immer so ein fettes Reißbrett haben mit den ganzen Schurken und Ganoven. Da sind da irgendwelche Lagepläne und Verbindungen zwischen den Einzelnen so eingezeichnet, ja. Und im Endeffekt erstelle ich mir so ein Reißbrett zu diesem Unternehmen, was auch am Anfang erst mal vollkommen kreuz und quer ist und schreibe mir hier alles dann, was ich interessant finde, was ich recherchiere aus meinen Datenkrakenanalysen, ja, hier dann einfach als Stichpunkte erst mal auf, okay. Und es ist erst mal vollkommen egal, wer die Reihenfolge ist, okay. Also ich gehe im Endeffekt wie Google selbst vor, einfach experimentieren und nicht am Anfang schon immer gleich alles zu bewerten, sondern einfach interessante Sachen, ihr hört was im Hörbuch oder ihr lest was oder ihr hört was und dann, ah, okay, schreibe ich es mir auf und muss ich es später nochmal mehr recherchieren. Und da sieht man dann, ich habe das Ganze jetzt mal untergliedert, einmal in Alphabet Annual Meeting, also was habe ich für Erkenntnisse aus dem Webcast gezogen, dann in Googles Ideen in das Geschäftsmodell, in die Assets, also die Vermögenswerte, da schreibe ich dann alles drauf, was Google an, zum Beispiel Firmen hat, Versuch rauszufinden, wie viele Umsätze und Gewinne die vielleicht schon machen, welche Ideen sie damit verfolgen und zum Beispiel dann natürlich noch den ganzen eigentlichen Google-Produkten wie zum Beispiel Gmail und Google Now und der Google Assistant, der Google Translator zum Beispiel, ganz abgefahren habe ich mir gerade auch runtergeladen, indem man zum Beispiel halt in Deutsch reinsprechen kann, es dann dem Taxifahrer in China hinhält und auf Chinesisch drückt, dass auf Chinesisch sozusagen ihm vorgetragen wird, er auf Chinesisch reinspricht und man kann es auf Deutsch sich anhören, all solche abgefahrenen Sachen kommen dann da rein und dann natürlich noch ein Segment zum Management und dann am Ende natürlich Zukunft und Bewertung von Alphabet, ja, das ist so dieser Prozess und jetzt ist es sozusagen am Anfang so, dass es natürlich erstmal darum geht, wie immer die Ideen und das Geschäftsmodell von Google herauszufinden. Dazu mal schon im heutigen Video einige Key-Faktoren, also Google verdient ja im Endeffekt Geld mit der Verauktionierung von Werbeplätzen in den Suchergebnissen, also unter, über, da drauf, innen, drin und so weiter. Gleichzeitig, also da müssen im Endeffekt, da gibt es ja diese Klickpreise, ja, jeder muss zum Beispiel, wenn er dort ganz oben erscheinen will in Anzeigen, entweder eine sehr, sehr gute SEO-Agentur haben oder selbst sehr gut SEO können, ja, da wird es aber trotzdem noch meistens Anzeigen da oben drüber geben, weil das ist ja im Endeffekt der, äh, der Ort auf der, auf der Seite, wo die meisten Leute auch dann im Endeffekt draufklicken und deswegen ist das der wertvollste Platz und den verauktioniert Google. Das heißt, es gibt so ein ganz simples, also ganz simpel nicht, aber es gibt halt ein ganz normales Angebots-Nachfragesystem, wo halt alle Firmen, die da, äh, erscheinen wollen, mitbieten wollen und deswegen gibt es natürlich bei solchen Keywords, also bei solchen Wörtern, wie zum Beispiel Aktiendepot eröffnen, äh, sind das viel höhere Klickpreise, als jetzt zum Beispiel irgendwie Bio-Ei anpflanzen, obwohl Bio-Ei kann man ja nicht anpflanzen, aber ihr wisst, was ich meine, ja, irgendwie Buch lesen oder irgendwie sowas, ja, weil einfach sozusagen der Verkauf eines Buches auf Amazon für ein Unternehmen nicht so viel wert ist, wie jetzt zum Beispiel für die Comdirect ein neuer Kunde im Wertpapiergeschäft. Und gleichzeitig, ähm, erteilt Google aber auch Lizenzen von ihren Werbeplätzen, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf so einer normalen Seite seid, wie zum Beispiel Spiegel Online, dann seht ihr hier oben ja auch, wenn ihr den Adblocker kurz mal deaktiviert, ähm, Werbeplätze und, ähm, diese sind, wenn man jetzt zum Beispiel hier oben auf dieses kleine Dreieck raufklickt, kann man es schon erkennen, ja, das ist auch von Google, ja, bereitgestellt. Das heißt, Google verdient hier auch mit an diesen Lizenzen, die sie verteilen. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Affiliate-Marketing, ja, wenn ich jetzt hier, das habe ich mir schon gebookmarkt, habe ich, glaube ich, auch schon mal in dem Video gezeigt. Ich möchte jetzt beispielsweise hier einen neuen Flug machen von, ähm, Mallorca nach, äh, Dubai, okay, dann gebe ich das hier ein und wenn ich jetzt dann, wäre jetzt einfach schnell irgendein Flug, damit das Ganze schneller geht. Finde jetzt hier irgendwo einen passenden Flug, zum Beispiel hier mit Swissair oder mit Lufthansa und möchte den jetzt zum Beispiel direkt buchen. Ein Uhr bis, äh, zack, da kann ich hier den auswählen. Ich will den von Lufthansa und dann sehe ich hier oben in der URL schon, okay, hier steht was von Partner-ID und so weiter und, äh, das heißt, Google verdient hier sozusagen eine Provision dafür, wenn ich über Google bei Lufthansa, äh, äh, was da abschließe. Das sind so Hauptgeschäftsmöglichkeiten, äh, beziehungsweise eine der Haupteinnahmen und Umsatzgeneratoren, die Google macht. So, und jetzt unabhängig von dem Geschäftsmodell an sich und von den ganzen Ideen, die Google hat und so weiter, geht es mir jetzt im nächsten Video darum, dass ich mal eine Art Segment-Analyse mache. Das heißt, und das habe ich mir jetzt auch schon aufgeschrieben, alles, was ich bisher an Segmenten so erkannt habe, also Google Android, Google Assistant, Google News, YouTube, YouTube Music, YouTube Premium, was jetzt ja und so weiter auch in Europa gekommen ist. Dann Google Nest, also die Firma, die diese Thermostate und so weiter anbietet, die, äh, Google übernommen hat, die schon 11 Millionen Produkte letztes Jahr irgendwie verkauft hat oder sogar letztes Quartal. Dann Google X, diese Abteilung, dazu sage ich gleich noch was und den Moonshots, Google Cloud Services und so, die ja ab 15 Gigabyte in der Nutzung auch Geld kosten. Dann, ähm, Google Pay, was jetzt auch gerade gekommen ist, Street View und Google Maps, dann das Loon-Projekt, ganz spannend, Google Now und App Store und so weiter und so fort. Alles, was ich da rausfinde, schreibe ich erstmal hier ein und dann versuche ich herauszufinden, wie viel Umsatz machen sie eigentlich mit welchem Segment, wie ist jedes einzelne Segment aufgestellt und welche Chancen ergeben sich in Zukunft, weil daraus muss ich am Ende dann irgendwie die Bewertung hinkriegen. Aber im nächsten Video geht es dann eigentlich mal um diese einzelnen Segmente, die ich jeweils kurz vorstellen werde, immer nur in so ein paar, zwei, drei Minuten und dann halt einfach ganz kurz was zu den Zahlen zu diesen Segmenten rausgebe, sofern Google natürlich selbst was zu den Zahlen sagt. Dann, was ich natürlich ganz spannend finde, generell, warum überhaupt mit Alphabet beschäftigen? Ich meine, die sind doch sowieso schon, äh, ich glaube knapp 650 Milliarden Euro aktuell an der Börse insgesamt wert. Naja, weil man muss sich natürlich die Burggraben anschauen, die Google besitzt und das Management und die Art und Weise, wie Google funktioniert. Und hier finde ich das Interessante, was auch hier im Hörbuch gesagt wird, dass Google eben nicht so denkt wie ein normales Unternehmen. Hast du jetzt ein normales Unternehmen und damit meine ich jetzt ein Unternehmen wie zum Beispiel, nehmen wir mal SAP oder auch Nestle oder irgendein anderes Unternehmen. Die versuchen ihre Produkte von Jahr zu Jahr um irgendwie so 5% oder 10% besser zu machen, mehr Marge zu bekommen und so weiter. Das, was Investoren natürlich auch erwarten. Ganz anders Google, die diese Moonshot-Ideas haben und diese Moonshot-Ideen sogar vorgeben. Was von Larry Page im Endeffekt, einer der Gründer von Google natürlich auch vorgegeben wird. Das kriegt man also in diesen ganzen Gesprächen mit, die man natürlich selber bei Google geführt hat. Ich war ja selber dort dieses Jahr, aber die man auch hier in dem Hörbuch, wo der Autor ja sehr, sehr, sehr lange Zeit die begleitet hat, mitbekommt. Dass die immer sagen, du, deine Ziele, deine Strategie, das wie du denkst, ist zu klein. Du musst größer denken. Eine Moonshot-Idea. Das heißt, Google sagt sich, wir wollen etwas, wenn wir in einen neuen Markt gehen. Wir wollen es 10 Mal so schnell und 10 Mal besser machen als das, was bisher hier dort ist. Wenn diese Dienstleistung, die wir jetzt neu anbieten oder dieses Produkt, was wir erstellen, nicht mindestens eine Milliarde Menschen langfristig erreichen kann, dann machen wir es erst gar nicht so. Das sind so diese Kategorien, in denen die denken. Und dafür gibt es halt eben extra dieses Google X Labor, kann man schon fast sagen, wo ganz viele neue Ideen entwickelt werden, an ganz vielen Sachen geforscht wird, also ob es jetzt Krebsforschung ist oder eine Sache, die ich zum Beispiel extrem spannend finde, das könnt ihr euch bei YouTube mal anschauen unter Project Loon. Da hatten die irgendwann die Idee zu sagen, passt mal auf, diese ganzen Satelliten in der Erdumlaufbahn, die sind doch unfassbar teuer. Vor allem natürlich der Transport und die Produktion. Da braucht man ja hunderte von Millionen von Dollar, um die nach oben zu kriegen und dann auch noch zu betreiben. Warum schicken wir nicht einfach Ballons nach oben, da pusten wir ein bisschen Helium rein und dann steigen die von selbst auf, okay, und dann können diese Ballons aus der, ja, Stratosphäre im Endeffekt Internet nach unten auf die Erde beamen. Und das Interessante ist bei Google, dass sie das tatsächlich schon umgesetzt haben mit einer Schule in Brasilien und tatsächlich, ja, bei diesem Produkt gerade ein extrem spannendes Potenzial haben, indem sie nämlich zum Beispiel bei Telekommunikations- und Internet-Service-Providern und so weiter sagen können, passt mal auf, die ganzen Mobilfunkmasten und Lizenzen, die ihr alle sozusagen kaufen müsst und so weiter und so fort, ja, alles, was sich für euch nicht lohnt, irgendwo in der Wallachai noch Internet sozusagen zu besorgen, weil ihr dort sozusagen massiv investieren müsstet, das bieten wir euch alle kostenlos an, indem wir halt einfach da einen Ballon schweben haben und als Gegenleistung teilen wir uns dann die zusätzlichen Einnahmen. Allein das ist einfach ein richtig spannendes Geschäft. Aber jetzt, wie gesagt, am Anfang, ich will noch gar nicht zu viel bewerten. Ich will erst mal einfach nur ganz viele Daten sammeln und die schreibe ich dann, wie gesagt, hier unten rein. Das ist meine Vorgehensweise. Kurz noch etwas zum Webcast der jährlichen Hauptversammlung. Hier habe ich mir natürlich auch Notizen zugemacht. Die waren recht ähnlich zu der Hauptversammlung, die ich mir bei Facebook neulich gemacht habe. Genau wie Facebook hat Google nämlich unterschiedliche Arten von Aktien, was die Stimmrechte angeht. Und genau auch wie bei Facebook kontrollieren eben die Gründer Sergey Brin und Larry Page das Unternehmen. Denn sie können mit ihren wesentlich höher gewichteten Stimmrechten natürlich genau entscheiden, in welche Richtung sie den Konzern lenken wollen. Und das stößt immer wieder auf Kritik, auch in der letzten Hauptversammlung. Da haben einige Aktionäre sich dafür eingesetzt, dass sie gleiche Stimmrechte für jede Aktien haben wollen. Wer das Hörbuch jetzt von dem, was Google wirklich will, sich angehört hat, der wird selbst schnell entscheiden können, ob Brin und Page dem zustimmen würden, das Unternehmen sozusagen von den Stimmrechten demokratisierend zu machen. Ich denke nicht, dass sie das tun werden. Gleichzeitig gab es Forderungen, dass man eine Art Lobbying Disclosure macht, dass man also transparent macht, für welche Art von Lobbyarbeit investiert wird und Geld gezahlt wird. Wo also zum Beispiel Google irgendwo Einfluss auf die Politik nehmen will und so weiter. Im Gegensatz zu Apple beispielsweise ist Google hier keineswegs verschlossen gegenüber der Politik, sondern arbeitet ziemlich intensiv mit Politik auch zusammen, was natürlich Vorteile und Nachteile haben kann. Und dann wurde auch gefordert, ähnlich jetzt auch wie bei Facebook, dass man einen Report über Gender Pay Equity macht, dass man Diversity und Inclusion Reports macht und so weiter. Also im Endeffekt wird von vielen Aktionären eine Erhöhung der Bürokratie gefordert. Ich finde es persönlich schon mal an dieser Stelle, wenn ich die erste Bewertung machen kann, gut bei so einem Konzern. Das heißt, ich würde, was jetzt meine Investitionen in Alphabet angehen, positiv bewerten, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Stimmrechte demokratisiert werden, ist das für mich ein prinzipieller Ausschluss, diese Aktie noch weiter zu analysieren oder zu kaufen, weil ich der Meinung bin, dass die meisten Menschen einfach nicht langfristig genug denken können, auch Aktionäre nicht und immer genau das gleiche eintrifft, was bei jedem großen Unternehmen eintritt, nämlich dann, dass alles mehr und mehr verbürokratisiert wird und eben das Unternehmen zu groß und zu mächtig wird und zu viel mit innenpolitischen Spielereien, Grabenkämpfen, Machtkämpfen und so weiter zu tun hat, statt mit der Entwicklung von neuer, innovativer Ideen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich es nicht so sehe wie der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, der Herr Dies, dem ich im Interview gelesen habe, wo er gesagt hat, VW wird immer mehr und mehr zum Softwarekonzern und wird deswegen irgendwann so viel wert sein wie Amazon, weil sie dann auch den direkten Kundenkontakt haben. Aber ich glaube, dass das sogar potenziell möglich sein kann in Bezug auf die Softwareentwicklung und so weiter, dass die Autokonzerne da durchaus Potenzial haben, aber aufgrund eben der Firmenkultur, die so anders ist bei Google als eben bei so einem Unternehmen wie VW, dass es einfach aus diesem Grund nicht möglich ist. Und deswegen finde ich, sollte auf einmal ein gleichberechtigtes Stimmrecht überall herrschen, dann werde ich definitiv die Finger von Alphabet lassen. Ja, und ansonsten gibt es hier einfach keinen von Boston Consulting Group geprüften Investmentansatz, wie man sich dieses Reißbrett erstellt. Ich mache meinen KID eben so, wie ich es richtig finde und fahre mit meinen Ideen immer gut so. Und ja, mich würde am Ende interessieren, wer von euch ist denn in Alphabet investiert und vor allem warum? Was ist euer Investment Case? Wo denkt ihr, ist das Potenzial in Zukunft? Wo sind die Risiken? Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich mal, wie gesagt, diese Segmentberichterstattung anstoßen werde.